Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Und hier wird schon scharf geschossen. Beim letzten Mal haben wir dieses kleine Dörflein gefunden Und haben allerlei Hand schon abgestaubt. Aber hier, wir sind hier doch nicht ganz alleine Denn dort hinten, bei den offenen Fenstern, hat sich ein Scharfschützer eingenistet Und der duldet unsere Anwesenheit hier Der duldet unsere Anwesenheit hier anscheinend überhaupt nicht Und jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, uns hinten an ihn anzuschleifen Das wird alles andere als einfach, schätze ich mal Natürlich müssen wir irgendwie versuchen, aus seinem Sichtfeld zu bleiben Aus seinem Schussfeld Können wir hier hinten... Ah, da hinten könnten wir lang Ich denke, das werde ich auch mal... Oder was ich als erstes probieren könnte Wir haben nur noch Gewehrmunition, oder? Zwei Stück, immerhin Ja, das sind wir, warum fragst du? Da hatten wir ja beim letzten Mal, als wir letztens die Wertbank gefunden haben Ein Zielfernrohr Was habt ihr hier zu suchen? Och, gar nichts Ich will mich nur ein bisschen zurückziehen Da haben wir doch ein Zielfernrohr bekommen Wie aktiviere ich... Ah Okay, aber besonders Freiheit gucken kann ich damit auch nicht Kann man den Scharfschützer Sehen? Ach, kann ich den treffen? Geht das überhaupt? Ne, ich glaube, das wird nichts, oder? Ne, ich glaube, die Munition Spare ich mir mal Und wir versuchen es Lieber über den Schleichweg Ich glaube aber sowieso nicht, dass man Den wirklich abschießen kann Okay, hier geht es gar nicht weiter, wie es aussieht, oder? Können wir hier lang? Er hat uns anscheinend noch nicht gesehen Ich weiß noch mal eben den nächsten Schuss ab Ne, er hat uns noch nicht gesehen Das ist gut, er hat uns noch nicht gesehen Diese Aufnahme hier ist übrigens eine kleine Testaufnahme Denn heute tue ich etwas, was ich sonst noch nie getan habe Denn ich nehme auf, während ich etwas hochlade Es könnte sein Ich habe das zwar vorher ganz kurz getestet Dass aber trotzdem Ruckler auftauchen können Falls es dem so sein sollte Bitte ich das zu entschuldigen Das werde ich nach diesem Part nochmal überprüfen Falls Ruckler und Ruckler Ruckler, so heißt das Aufgetaucht sein sollten Werde ich natürlich diese Aufnahme-Session abbrechen Was? Uh, hier sind ja auch noch welche Okay, damit hätte ich jetzt irgendwie Gar nicht gerechnet Und zack, müssen wir gleich wieder Voll sich auf das Spiel konzentrieren Dadnach So Also hier haben wir noch mindestens ein Vorhin in den Arm geschossen habe ich dir Oh, da ist noch einer Komm, schieß ihn in den Bauch Wer ist tot? Na, jetzt bin ich mal gespannt Wie viele von den Typen hier rum Latschen Oh, wo kommst du denn her, mein Freund? Und natürlich ein Molly-Typ Den müssen wir ganz schnell erledigen, scheiße Und Natürlich haben wir auch keine Nachkampf-Buffe an uns Oder bei uns Alter Weh, der Scheiß, welchen Molly Junge Ah, jetzt hau ihn doch zu brei, Mann Die sind auch ein bisschen besser gepanzert, habe ich so Die Befürchtung, wo ist der Molly-Typ? Nein, du wärst kein Molly, du Arsch Schwein gehabt Och Gott, Mollys sind sowieso voll bei mir Aber wir müssten Medi-Kids haben, jawohl Da benutze ich sofort eins Zum Glück bin ich da sofort Von der Stelle weggerannt Und ich glaube, wir können sogar Da können wir kein Medi-Kid mehr herstellen Beim letzten Mal haben wir ja allerlei Zeug gefunden Wir könnten noch eine Nagelbombe herstellen Oder unsere Nahkampf-Waffe verbessern Wenn wir denn eine hätten Gut, aber Dann laufen wir erstmal so weiter Auch wir haben ja jetzt ein größeres Magazin Oh, wie viel Schuss trägt denn Kann die Pistole denn jetzt tragen? Kann ich gar nicht nachzählen Müsste ich ein bisschen näher an den Fernseher ran Aber das lasse ich jetzt mal Hier haben wir noch ein bisschen Zucker war es, glaube ich So, jetzt muss ich natürlich erstmal mich wieder orientieren Oh, shit Da hat er mich voll erwischt Wo das Scharfschütze ist Dann laufen wir mal hier außen weiter lang Hier dürfte der Typ uns ja auf jeden Fall nicht treffen Ja, das habe ich mir jetzt ein bisschen einfacher vorgestellt Das mit der Scharfschütze da ist Aber so einfach Macht es The Last of Us Und es einfach nicht Denn hier Hat er noch jede Menge Kumpanen Die uns auch ans Leder wollen Wird da irgendwas drin? Hm, hier könnte man sich gut verstecken Na, wobei Ne, nicht wirklich Gucken wir mal hier weiter Immer schön Im Duck-Modus Zucker Iiii, shit Hab ich mir schon fast gedacht, dass das ein Fehler war Ist hier noch irgendwo einer Sonst nehme ich mir eben schnell noch ein Medi-Kit Zur Brust Oh, da kommt einer, da kommt einer Schnell, schnell, schnell Leider habe ich auch keine Schrotflinten-Muni mehr Sonst könnte ich die hier Alter, du Arschgeil, ey Er ist da drüben Nein, bin ich nicht Komm her, du Arschgeil, Mann Lass mal eben nach, Joel Muss ich natürlich wieder gucken, dass sie nicht von anderen Seite kommen Was ich schon fast befürchte Halt die Klappe, du blöder Scharfschütze Ich bewege mich jetzt nicht raus Kommt mal hier zu mir Hat bis jetzt ja meistens eigentlich immer ganz gut geklappt Und ich bin schon wieder nur bei einem Beim Drittel einer meiner Lebensenergie, meine Fresse Kommt jetzt mal her Ich habe keine Lust, mich hier vorzubewegen Dann kommt gleich wieder einer um die Ecke Ich kenne das Spiel hier doch Ist nur die Frage, was machen wir als nächstes Selbst wenn wir jetzt hier alle ausgeschaltet haben Der Scharfschütze weiß, wo wir sind Wir können natürlich mehr rauf Bombe werfen Das war doch mal ein schöner Schuss Und wo wolltet ihr noch mehr? Oh, denn ja, ja Scheiße, noch zwei Schuss Da werde ich mal kurz zum Revolver wechseln Einer ist da auf jeden Fall noch Nicht, dass er jetzt von hinten kommt Okay, dann sind wir sowieso so gut wie erledigt Aber der müsste ja noch da irgendwo hinter den Mauern sein, oder? Okay, da ist der Scharfschütze Können wir den von hier anvisieren? Da ist natürlich das blöde Brett davor Ah, das ist jetzt riskant hier Kann ich da irgendwo sagen Das ist mir zu riskant Ich nehme auf jeden Fall noch eben schnell das Medi-Kit Scheiße Ich hätte nicht gewusst, wo ich bin Aber er ist trotzdem tot Sehr schön Jetzt schnell das Medi-Kit nehmen So So, ja, wo ich vorhin stehen geblieben bin mit den Rucklern Ich hoffe Also, ich habe noch keine bemerkt Es scheint einigermaßen flüssig zu laufen Falls ich bei der Bearbeitung doch irgendwelche Ruckler feststellen sollte Werde ich natürlich diese Aufnahmesession beenden Aber momentan bin ich ein bisschen unter Zeitdruck Genauso ähnlich wie Joel Ihr müsst doch nicht schüchtern sein Ah, da hinten, da oben ist der Typ Können wir da irgendwie Komm, Alter, wo Was ein Arsch, echt Können wir uns von hier anschleichen Ja, toll, jetzt ist Joel natürlich stark angeschlagen Aber wir sind schon mal immerhin im Gebäude Das ist ein bisschen Gesundheit Ich hoffe, da kommt mir jetzt keiner entgegen Na, das war nix Gesundheit Shit Das wäre mir jetzt ein bisschen lieber gewesen Ich bin auf jeden Fall im Zeitdruck Weil 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 Mitte Juli bis Mitte August Ist immer In unserer Firma relativ viel zu tun Deswegen Ich nehme ja sowieso schon immer überwiegend Nur am Wochenende auf Und momentan habe ich hier relativ wenig Freizeit Sollen wir jetzt hier durch Machen wir natürlich Lärm Sollten wir doch durch die Vordertür gehen Ach komm, wir laufen jetzt einfach mal durch So Wagemutig Wie wir sind Okay Viel Geräusche hat das doch nicht gemacht Gehen wir mal ganz langsam nach oben Eine Scharfschütze müsste ja in diesem Raum da sein, oder? Mal gucken wir uns erstmal hier kurz um Ganz vorsichtig Wie die ganzen Räume auch immer miteinander verbunden sein müssen Erstmal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwie vielleicht Gesundheit finden Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen Und ich merke gerade Ich sitze ein bisschen Weit weg vom Mikro Aber das kann mal passieren Wenn man sich konzentrieren muss Denn jetzt möchte ich nicht unbedingt sterben Nachdem wir schon so weit gekommen sind Müssen wir noch eins höher Das kann natürlich auch sein Das kann natürlich auch sein So Ja, sieht so aus Es ist noch eins höher Aber ein bisschen Gesundheit wäre mir noch Ganz lieb Aber Aber Ich glaube denen gefallen Tun die Entwickler Mir und uns nicht So Was haben wir denn hier Schlafzimmer Zumindest ein ehemaliges Zumindest ein ehemaliges Schlafzimmer Aber Hier müsste der doch Irgendwo sein Ja Das war sowas von klar Das kann mich mal überraschen Irgendwie Das war natürlich ein gescripteter Angriff So Blöder Scharfschütze Ja Jungs und Mädels Kommt mal schnell her Ach ne Ich muss jetzt noch nicht Irgendwie hier Verfolger hier abschießen Oder Das gefällt mir Überhaupt nicht So Nachladen Wo ist der andere Typ Oh der hat sich jetzt ja verschanzt Komm hoch du Arsch Voll erwischt Da kommen noch mehr Was What the fuck Okay Da war ich anscheinend nicht schnell genug Oh ne Ich lasse solche Missionen Oh man Vor allem wenn man mit den Analog Stick Nicht zielen kann Scheiße Oh das wird wieder nix ey Da muss ich auch noch auf meine Verbündeten achten Dass da Die nicht angegriffen werden Alter Kann ich irgendwie wieder raus Kann ich irgendwie wieder raus Zoomen Okay Alter Das wird nix Sorry wenn ich grad wieder ein bisschen ruhiger bin Da muss ich mich auf jeden Fall Konzentrieren Fick dich man Natürlich darf keiner von unseren Freunden da etwas passieren Natürlich darf keiner von unseren Freunden da etwas passieren Steckt ausgesucht mein Freund Komm du mal hoch ey Aaaaah verdammt Tick zu früh geschossen Von da kommt noch einer Dann erstmal die Leiterbeutel weg damit Vorsicht Ali Also den hab ich doch verwischt oder Ich bitte euch Da ist noch ein Arm So wie viele denn noch Ach du dickes Okay ich glaub das bringt nix auf den zu schießen oder Nein 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 L3 Ja ich seh den Also was soll ich denn da machen Das bringt doch Ne Das bringt doch was Ne Das bringt doch nix gegen den Typen da zu schießen oder Aaaaah ich bin so blöd verdammte Axt ey Hört mal auf euch zu bewegen Das finde ich nicht Ne Aaaaah Trieb's doch nicht In den Arsch In den Head Oder in den Hals Vielmehr Aaaaah Der Typ ist doch dann eigentlich mit Kameraden wie es aussieht Das sind doch nicht die Leute von denen wir Vorher geflucht haben oder Das ist ein anderer geschützt Turm oder Oh ich schieße immer einen Tick zu früh Das gibt's nicht ey In den Hals Aber was müssen wir denn mit dem Beschützturm hier machen Der versteckt sich in den Arme halt Kommt immer näher ran Oh da kommt jetzt einer raus Oder? Mordi Und da kommen zu mir Die Fahre können wir von hier auch nicht treffen oder? Ähm Leute Wir kriegen da kein Problem Du wirst brennen, Arschloch! Oh, Alter, lass Ellie in Ruhe! Brenn, Arschloch! Brenn, du Arschloch! Oh, Alter, nee, oder? Ich glaub, das wird mal wieder so ein Fail-Part hier. Aber immerhin fangen wir jetzt wieder von hier an. Ich schätze, wir müssen den blöden Mordi-Werfer genau in dem Moment dann treffen, wenn er wirft oder wird. Alter, das wird ja... Das wird lustig! Das wird... Sehr schön! Arschgeile! Verbrenn an deinen eigenen Molotovs, ey! Scheiße! Oh, das war heftig! Ach, das ist dein Standard-Spruch, Ellie! Ist das okay, Sam? Ja, bin okay! Danke, Joel! Bitte schön und tschüss! Hallo, kann ich irgendwie wieder hier raus? Okay, geschafft! Hallo, ich möchte hier wieder... Ja, ich möchte hier auch weg! Sam! 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 Ja, alles gut! Ah, hier schießt doch noch irgendwo jemand! Ah! Gehen wir! Schneller, 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 schneller! Ach, nee! Jetzt kommen noch solche Viecher, das kann doch nicht euer Ernst sein! Oh, fuck! Ich treffe auch gar nichts hier, ey! Ich treffe auch gar nichts hier, ey! Sag los, die kommen hier gleich alle hoch, L3! Nein, 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 nein! Oh, Gott! Wie viele sind das denn? Alter, Leute, wir werden hier gleich überrascht! Du kannst eine neue Waffe aushüsten, denn du... Oh, Gott! Ähm... Ich glaube, wir haben vielleicht noch ein kleines Problem... Ich lebe! Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit! Dann los! So, und da ist endlich der Turm, zu dem wir wollten! Ich denke, kein Wort! Ernst! Es war Tommys Geburtstag! Er wollte nichts anderes als... zwei Harleys mieten und einfach losfahren! Oh, Mann! Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte! Nur um den Block! Wie war's denn? Es war gut, echt gut! Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details! Beschreib es! Wisst ihr was? Ihr zwei... führt jetzt ein Männergespräch... Nein, nein, Ellie, Ellie! Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst! Das ist echt einmalig! Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt! Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt! Ja! Das Schlimmste daran ist, das Sam zu erklären! Tja! Was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden! Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben! Verstehe! Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein! Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue! Ich finde, wir haben uns gut geschlagen! Und ganz besonders du! Ist alles okay? Ja! Ist alles okay? Okay! Tja! Dann gute Nacht! Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Ja! Dann sag mir wovor! Äh... Mal sehen! Skorpione sind gruselig! Ähm... Allein zu sein? Ich hab Angst davor, allein zu leben! Und was ist mit dir? Die Dinger da draußen! Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper! Ich habe Angst, dass mir das passiert! Okay! Zuerst mal, wir sind ein Team! Wir helfen uns gegenseitig! Und zweitens... Sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus! Aber niemand steckt mehr in ihnen drin! Mein Bruder sagt immer, dass sie... ...gegangen sind! Zu ihren Familien! Wie im Himmel! Glaubst du das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau! Ich mein... Ich würd's gern glauben! Du tust es aber nicht! Hm... Nicht wirklich! Ja... Ich auch nicht! Oh! Jetzt hätte ich's beinahe vergessen! Ich hab' ja noch was! Da! Wenn er nichts davon weiß... ...nimmt er ihm die Licht weg! Okay... Okay... Ich bin müde! Wir sehen uns morgen! Ach du Scheiße! Oh... Oh! Oh Mann! Das riecht gut! Guten Morgen! Wo ist Sam? Ich lass' ihn erst mal ausschlafen! Ah... Na ja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken! Okay... Sam? Sam? Was ist los? Ah! Ah! Oh shit! Der verwandelt sich! Das ist mal keiner Bruder! Ah! Scheiß drauf! Ah! 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 Halli! 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 Lass du下ig! Haha! Sam! Oh... Okay! Das ist deine Schuld! Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld! Henry! Henry, nicht! Ach du Scheiße... Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Das sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach rankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Ja, sorry Leute. Der Pad hat mal wieder ein bisschen Überlänge, aber... diese Szene musste ich einfach noch eben bis zum Ende laufen lassen. Oh, wieder richtig Gänsehaut-Moment gehabt. Und jetzt scheint ein paar Monate oder Wochen vergangen zu sein. Und wir sind in der Nähe von Jackson County, wo sich wahrscheinlich Tommy, Scholes Bruder, befindet. Wie es beim nächsten Mal weitergeht, erfahren wir im nächsten Part von Let's play The Last of Us. Let's play The Last of Us. Die Last of Us zu ver